Der Brief des Paulus an die Philippe, Kapitel 1, gelesen nach der Textbibel Paulus und Timotheus, Knechte Christus Jesus, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt Aussehern und Gehilfen. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, denn alle Zeit, wenn ich bete, bitte ich für euch alle und das mit Freuden, über eure Gemeinschaft für das Evangelium vom ersten Tage bis heute, wobei ich eben darauf baue, dass, der in euch angefangen hat, ein gutes Werk, es auch vollenden wird bis zum Tage Christus Jesus. Muss ich doch von Rechts wegen so für euch alle denken, denn ich trage euch im Herzen, in meinen Fesseln wie bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, euch alle als meine Mitgenossen der Gnade. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich sehne nach euch allen mit der Innigkeit Christus Jesus, und ich flehe nur, dass eure Liebe noch mehr und mehr reich werde in Erkenntnis und dem richtigen Gefühl zu sittlicher Unterscheidung, damit ihr rein seiet und unanstößig auf den Tag Christus, erfüllt mit solcher Frucht der Gerechtigkeit, wie sie durch Jesus Christus kommt zu Preis und Lob Gottes. Es verlangt mich, euch mitzuteilen, Brüder, von meiner Sache, wie hoch sie zum Gewinn des Evangeliums ausgeschlagen ist, sodass meine Fesseln eine Kundgebung in Christus geworden sind, im ganzen Praetorium und sonst überall, und die Mehrzahl der Brüder in dem Herrn, im Gefolge meiner Fesseln mehr und mehr es wagen, ohne Scheu vom Wort Gottes zu reden. Wohl verkünden auch manche Christus Neides und Streites halber, aber auch andere aus guter Gesinnung, die aus der Liebe im Blick darauf, wie ich hier liege zur Verteidigung des Evangeliums, die aus Parteigeist verkünden wohl Christus, aber nicht lauter, denn sie meinen dabei, Leid auf meine Bande zu häufen. Doch was tut's? So wie so, mit oder ohne Hintergedanken, Christus wird bekannt gemacht, und darüber freue ich mich. Und freuen werde ich mich auch ferner, denn ich weiß, dass mir das zum Heile ausschlagen wird durch eure Bitte und die Hilfreichung des Geistes Jesus Christus. Wie ich überhaupt die Hoffnung hochtrage, dass ich in keinem Stücke werde zu schanden werden, sondern ganz offen, wie stets, so auch jetzt Christus, wird gepriesen werden, an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn mein Leben ist Christus, und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch gerade Frucht des Wirkens für mich bedeutet, dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. So drängt es denn auf mich von beiden Seiten. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, ist es doch das bessere Teil weit aus. Aber das Bleiben im Fleisch mag dringender sein, um euret Willen. Und in diesem Glauben denke ich, dass ich bleiben werde und bei euch allen noch weilen, für euch zu Gewinn und Freude des Glaubens, das ihr noch weiter zu rühmen habt, in Christus Jesus durch mich, wenn ich noch einmal zu euch komme. Nur führet euer Gemeinschaftsleben würdig, des Evangeliums Christus, damit ich, wenn ich komme, an euch sehe, wenn ich fern bin, von euch höre, dass ihr steht in einem Geist, zusammenkämpfend, eine Seele für den Glauben des Evangeliums, niemals eingeschüchtert von den Widersachern, so zum Beweis für sie des Verderbens und für euch des Heiles und das von Gott, weil es euch verliehen ward, für Christus auch zu leiden, nicht bloß an ihn zu glauben, in demselben Kampfe, der meinlos ist, wie ihr es einst gesehen und jetzt davon höret. Vertraue und glaube,